Achtung, Achtung, die Volksverdommung kann Folgen haben. Dies ist eine davon. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Volksverdommung. Die allerletzte definitiv in diesem Jahr, denn wir haben es hier so ganz kurz vor Neujahr noch geschafft. Das, was ich schon länger mal angekündigt habe, aber noch nicht bisher umgesetzt habe. Nämlich eine Folge mit einem Gast. Wir haben heute jemanden dabei. Ich bin nicht alleine wie sonst. Ihr müsst nicht die ganze Zeit meinen Monolog zuhören, sondern wir haben jemanden dabei. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Ja, hallo und herzlich willkommen, Cari. Grüß dich. Hallo. Freut mich sehr, dass ich dabei sein darf. Und ja, ich habe schon lange darauf hingefiebert. Ja, wir haben es schon tatsächlich seit einiger Zeit vor, uns hier mal über den Podcast quasi miteinander auszutauschen. Cari ist auch begeisterte Rollenspiel-Spielerin und auch Spielleiterin. Sogar vorwiegend Spielleiterin, muss man tatsächlich sagen. Also ich habe jetzt das erste Mal überhaupt als Spieler in der Session gehabt vor ein paar Wochen. War das erste Mal überhaupt, dass ich Spieler sein durfte und nicht nur Spielleiter war. Ich habe nämlich damit angefangen. Oh, sehr gut. Das ist, glaube ich, eher ungewöhnlich. Ich glaube, die meisten Leute spielen doch erst noch ein paar Mal, bevor sie sich dann dran wagen, die Spielleitung zu übernehmen. Hast du eine aktuelle Gruppe als Spielleiterin gerade? Tatsächlich als Spielleiterin nicht. Also ich habe jetzt zwei abgeschlossen, zwei Gruppen und bin auch ganz froh, dass das, also ich finde es immer ganz schön, wenn das dann irgendwie ein abgeschlossenes Ende hat. Eine der Gruppen, die wird auch mit Sicherheit irgendwie noch die Story weiterführen. Aber ich sage mal so, Chapter One ist so ein bisschen beendet. Und die andere Gruppe ist gerade auch vor ein paar Monaten fertig geworden. Und das war aber auch als, ja, One-Shot ist es nicht gewesen. Es war als kurzes Abenteuer angelegt und ist dann doch deutlich länger geworden, als es irgendwie mal jemals geplant war. Aber die sind jetzt auch durch. Das sieht ja selten, ne? Ja, eben. Und genau, jetzt habe ich aktuell die Runde, darf ich eben als Spieler dabei sein. Das ist auch sehr schön. Sehr cool. Was ist das für eine Runde? Ist das, welches System wird gespielt? Ja, wir spielen tatsächlich gerade Vampire the Masquerade und explizit so ein bisschen auf meinen Wunsch hin, weil ich habe, also ich habe, tatsächlich gibt es ja auch ein Videospiel des Bloodlines, so ein uraltes PC-Rollenspiel, was von den Fans damals sehr gefeiert wurde, auch wenn es so ein bisschen ein Bugfest war. Aber das System ist wirklich grandios. Also allgemein diese ganze Welt ist total schön und interessant und insofern, glaube ich, ein bisschen besonders, weil man eben keine Helden spielt. Vampire the Masquerade geht, wie gesagt, sehr stark um Vampire natürlich und das sind absolut keine Helden. Sprich, die ganze Gruppe besteht aus klassischen Anti-Helden, die Menschen aussaugen, die relativ brutal sind und so weiter. Und das ist auch echt tatsächlich mal sehr, sehr interessant, nicht mehr der Fantasy-Held oder sowas zu sein, sondern dann doch mal ein ziemlicher Arsch. Ja, ich erinnere mich, das Spiel war auch so ein bisschen, wenn ich es im Kopf habe, so ein bisschen Mafia mit Vampiren im Prinzip. Ja, tatsächlich auch mit so ganz vielen verschiedenen Clans. Also alle Vampire sind so ein bisschen in Clans eingeteilt, die dann spezifische Eigenschaften und Fähigkeiten haben und sowas. Also sehr, sehr komplexe Welt. Und ich habe mir damals diese, es gibt da eine neue Edition von dem Regelwerk, die V5-Edition, die ist jetzt vor ein paar Jahren rausgekommen. Also die Alteingesessenen finden das natürlich nicht so toll, wie immer, wenn das sowas neu aufgelegt wird. Aber da ich jetzt damit eingestiegen bin, muss ich sagen, ich habe das sehr, sehr gefeiert als Regelwerk, weil es sehr viel Freiheit zulässt als Spielleiter. Also du bist nicht so arg aufs Würfeln fokussiert oder du musst nicht alles würfeln lassen. Das finde ich immer sehr angenehm. Du kannst es einfach so einsetzen, wie du willst als Spielleiter. Und auch das ganze Material ist super schön. Also wirklich, wirklich sehr cool. Okay, sehr schön. Würdest du sagen, es ist ein einsteigerfreundliches System, wenn wir die letzte Folge, ich weiß nicht, ob du die fünfte Folge angehört hast zu Rollenspielsystemen. Sehr gut. Würdest du sagen, es ist einsteigerfreundlich oder zählt es schon eher zu den komplexeren Systemen, lieber? Also ich würde sagen, für Spieler ist es einsteigerfreundlich, weil du sehr leicht verstehst, wie es funktioniert. Die Würfelproben sind eigentlich immer relativ easy zu machen. Also du hast immer eine Kombination aus Attributen und Fähigkeiten. Also zum Beispiel, mein Beispiel ist immer, ich möchte mich verstecken irgendwo und muss warten, bis jemand vorbeigeht. Das erfordert sozusagen sowohl die Heimlichkeit als auch eine Geduld oder sowas in der Richtung. Oder du willst dich halt irgendwo anschleichen, schnell, um den wegzunatzen. Dann ist es eher Heimlichkeit und Geschwindigkeit zum Beispiel. Und sowas, das bildet das System ganz gut ab. Also das ist ganz interessant, diese Kombinationen aus verschiedenen Herangehensweisen, sage ich mal. Dadurch ist dein Charakter immer recht flexibel. Und die Würfelwürfel funktionieren aber trotzdem halt immer gleich. Und es gibt auch spezielle Würfel wirklich explizit für das System. Das sind zwar auch nur WCen, aber da siehst du halt auf einen Blick, war es ein Erfolg oder nicht. Also du musst nicht mehr rechnen und so weiter. Das ist echt für einen Spieler super. Sehr angenehm, ja. Ich verstehe, ja. Als Spielleiter dagegen ist es etwas komplizierter, weil es gibt schon viele Sachen, die man beachten muss. Also auch die Welt, die sehr, sehr groß und sehr komplex ist und sehr viel Hintergrundgeschichte hat über irgendwie Jahrhunderte sozusagen. Ja gut, Vampire werden ein Stück älter, ne? Genau. Und da geht die Geschichte wirklich ultra weit zurück. Also man weiß ziemlich viel sozusagen von der Welt. Und dann gibt es so ganz viele verschiedene Einzelsysteme, die dann noch kompliziert werden. Also so der Hunger, was passiert, wenn der Vampir hungrig wird? Dann verfällst du in so eine Raserei und so weiter. Also gibt es sehr, sehr viele Elemente, die sich dann noch dazu addieren für den Spielleiter zum Beachten. Aber es ist, glaube ich, schon wirklich explizit auch so gedacht, dass der Spielleiter die Freiheit hat, okay, ich lasse vielleicht auch einfach einen Teil weg davon und baue mir das so ein bisschen so, wie ich es möchte. Also ich meine, die Freiheit hat man natürlich immer, aber ich glaube, das Regelwerk forciert das so ein bisschen tatsächlich explizit, was sehr cool ist. Das klingt tatsächlich äußerst interessant. Ich habe es noch nicht gespielt. Also ich habe das PC-Spiel gespielt, aber das zugrunde liegende Regelwerk noch nicht. Ich hatte vor kurzem auch auf Twitter, glaube ich mal, so eine Rundfrage gestartet, welche Spiele außer jetzt DSA und Dungeons & Dragons so als Rollenspielsysteme noch in PC-Spielen umgesetzt worden sind. Und da kam auch ein paar Mal Vampire the Masquerade mit dran. Der zweite Teil ist ja, glaube ich, inzwischen, also der zweite Teil vom PC-Spiel liegt ja inzwischen auf Eis, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also da hat man schon sehr lange nichts mehr gehört von. Ja, ich habe immer noch Hoffnung, weil ich habe mich mega drauf gefreut. Die haben das komplette Entwicklerteam ausgetauscht. Das ist schon ein bisschen ein drastischer Schritt, aber sie haben es noch mal, naja, also sie wollen es noch mal fortführen. Also ich bin gespannt, aber mal gucken. Das ist schon, ja. Ich bin auch gespannt, was da rauskommt, aber gut. Naja, sehr gut. Für heute hatte ich so ein bisschen einen Themen-Buzzer vorbereitet, den wir uns gerne anschauen können. Wir können aber auch gerne weiter über Vampire oder Vampire the Masquerade reden. Ich glaube, Vampire sind sogar auch einer der, ist sogar auch einer der Begriffe in dem Themen-Buzzer, den ich mit reingepackt habe. Sehr gut. Ansonsten vorweg vielleicht noch eine einzige Frage. Der Podcast ist ja nicht nur ein Rollenspiel-Podcast, sondern auch ein Literatur-Podcast. Was hast du denn so als letztes gelesen? Oder hast du als letztes was gelesen? Das ist immer ein bisschen peinlich, weil ich komme zum Lesen meistens nur im Urlaub. Oder sagen wir mal so, ich nehme mir die Zeit meistens nur im Urlaub. Tatsächlich habe ich heute Vormittag seit langem mal wieder ein Kapitel eines Buches gelesen. Und das ist tatsächlich sogar ein bisschen albern. Es ist Percy Jackson. Ich habe die Reihe nämlich nie gelesen und habe mir das jetzt ausgeliehen von der Family. Und weil ich gerne so Jugendromane eigentlich lese, die so ein bisschen in eine Fantasy-Richtung gehen, aber halt so schnell zum Weglesen sind. Also ich habe jetzt schon gemerkt, beim ersten Kapitel, das ist jetzt sicher nicht die super high-quality Fantasy-Literatur. Aber ich mag gerne griechische Mythologie. Und in Percy Jackson geht es ja so ein bisschen darum, dass er der Sohn von Poseidon ist in der modernen Welt, mehr oder weniger. Und es gibt ja da auch eine Filmreihe dazu, die auch ganz nett ist. Genau. Und es ist jetzt, glaube ich, jetzt nicht wahnsinnig mega, die Romanreihe, aber ganz cool so zum schnell snacken. Ganz entspannt mal als leichte Lektüre nebenbei. Ah, sehr gut. Ja, ich habe auch was Neues angefangen. Ich bin vor kurzem über ein Buch gestolpert, das nennt sich Gnome Unser. Ich weiß noch nicht so ganz genau, wie das wird und wie das ist. Ich habe erst den Anfang gelesen. Da geht es um, also es fängt an mehr oder minder bei einem Psychotherapeuten, ich glaube in Berlin oder irgendwie sowas oder was. Ach, ich weiß es nicht mehr. Irgendwo so ein Psychotherapeuten, der da in seiner noblen Klinik sitzt und eigentlich schon am Zumachen ist. Und es sind eigentlich schon alle gegangen. Und dann taucht halt so ein Typ bei ihm auf, der ihm erklärt, dass er selber ein Gnom ist. Und in der Welt heißt er irgendwie Mr. Smith oder irgendwas in der Richtung. Und er ist eigentlich nur so aufgelöst, weil er keine Missionen hat, keinen Auftrag hat. Die hat er normalerweise immer, wenn er irgendwo in eine andere Welt kommt. Und diese Mission ist ihm jetzt abhandengekommen. Die findet er aber relativ schnell in der Zeitung, in einem Artikel, wo es um Bäume geht, die sich selbstständig machen. Also quasi laut einer Forscherin sich eigentlich einfach selbstständig erheben und weggehen. So endmäßig. Ich bin noch nicht so ganz, ich weiß noch nicht ganz, was ich davon halten soll. Der Schreibstil ist ziemlich geil. Der Schreibstil ist so ein bisschen in Richtung Terry Pratchett. Also auch immer mit vielen so Nebensätzen, die dann irgendwie sowas total Absurdes einfach so ganz nebenbei mal erklären. Finde ich eigentlich sehr gut bis jetzt. Muss ich mal schauen, wie es weitergeht. Ich habe, wie gesagt, erst ein paar Seiten davon durchgelesen. Klingt auf jeden Fall spannend. Dann habe ich noch ein zweites Buch angefangen von einem Autor, Mo Böger heißt er, Moritz Böger. Die Aschebrut. Es liest sich auch so ein bisschen wie ein Buch gewordenes Rollenspiel. Also auch so ein bisschen wahrscheinlich auch basierend vielleicht mal auf irgendeiner Idee für eine Rollenspielrunde oder tatsächlich aus einer Rollenspielrunde entstanden. Ist mehr oder minder klassisch Fantasy, würde ich sagen, mit so ein paar moderneren Einschlägen. Also es gibt Schwarzpulver, Schießwaffen und alles, Schusswaffen und alles mögliche in der Richtung. Aber schon noch so, quasi so ein Übergang, würde ich mal sagen, technischen Übergang zwischen. Wir kämpfen mit Schwertern und Pfeil und Bogen und wir kämpfen mit Schusswaffen. Das war ja auch kein abrupter Cut, sondern eher so ein fließender Übergang. Ist auch ganz interessant. Mit dem habe ich dann quasi auch noch irgendwann, ja nächstes Jahr dann ein Interview, wo wir über das Buch reden. Muss man mal schauen. Also das muss ich auch noch durchlesen natürlich davor, damit ich da nicht ganz blöd in der Folge meine Fragen stelle. Ja, sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal ins erste Thema rein. Wir schauen mal, was uns der Zufallsgenerator ausspuckt. Und das ist Magie und Technik in Rollenspielen. Hey, als hätte er zugehört. Aber wirklich. Magie und Technik in Rollenspielen. Du hast ja selber einige Rollenspielrunden geleitet. Wie stehst du zu Magie in Rollenspielen? Wie stehst du zu Magiesystemen in Rollenspielen? Ich weiß von einer Runde mindestens, dass du da ein sehr, sehr interessantes System hattest. Ja, genau. Also ich bin grundsätzlich bei Magie immer sehr, sehr vorsichtig, weil die natürlich sehr, sehr mächtig sein kann. Und da muss man als Spielleiter immer wahnsinnig aufpassen, dass man nicht so einen Fass aufmacht. Dass du nicht irgendwie so, weil das sehen die Spieler sofort. Wenn du die Tür so ein bisschen öffnest zur Macht, zur Umfassenden, dann stürmen die da rein. Und das kann einen, also meiner Ansicht nach schon ab und zu auch mal was kaputt machen, wenn man das zu mächtig gestaltet. Und deswegen habe ich mir das relativ leicht gemacht bei meiner Runde. Das war meine erste Spielleiterrunde, auch mit einer eigens erdachten Welt und einem System ganz ohne Würfeln. Also wir haben tatsächlich gar nicht gewürfelt. Also außer in seltensten Situationen, dass ich mal irgendwie was per Würfelwurf entschieden habe. Aber es gab jetzt keine Werte für die Spieler. Und da war es tatsächlich so bei mir, dass die Magie direkt abhängig war von der Lebenskraft. Das heißt, Magier waren auch in der Welt in einem hohen Alter, sag ich mal, entweder extrem vernarbt, weil sie wirklich einfach körperliche Folgen ihrer Magie tragen oder halt einfach komplett wahnsinnig. Also sowohl psychische als auch physische Schäden sind von der Magie sozusagen dann immer ausgegangen. Und das hat es natürlich ein bisschen leichter gemacht, weil dadurch war den Spielern immer klar, hey, wenn ich jetzt irgendwas richtig, richtig Krasses einfach mache, dann, also keine Ahnung, wenn ich mir hier meinen Tornado, der den halben Kontinent verwüstet, raufbeschwert, dann ist die Chance, dass ich dabei sterbe, relativ groß. Also nicht nur wegen des Tornados, sondern auch wegen der Magie. Nee, also das war tatsächlich eine relativ einfache Konsequenz. Also statt sowas wie einem Mana-System oder so, wirklich das auf die Lebens... Also weil das tut den Spielern weh. Also das wissen sie aktiv, wenn sie dann anfangen, Stimmen zu hören oder sowas oder wirklich Verletzungen haben. Das ist für die Spieler so ein richtiger Impact oft gewesen, dass du sagst, okay, jetzt muss ich mal ein bisschen vom Gas gehen und ein bisschen entspannter an diese Magie-Sache rangehen. Ja, ich glaube, das haben wir auch in der zweiten Folge mit der Magie, mit den Magie-Systemen ein bisschen angesprochen, dass da das Disbalancing, glaube ich, das Schwierige ist. Du musst auf der einen Seite natürlich schauen, die Spieler dürfen nicht irgendwie nach zwei Stunden spielen schon mit einem Feuertornado eine Stadt auslöschen können. Dürfen auf der anderen Seite aber auch nicht irgendwie so klein gehalten werden, dass sie sagen, ja scheiße, hätte ich meine Zeit halt doch besser irgendwie in Schwertkampf investiert. Dann wäre das wahrscheinlich, dann kannst du es dir auch schenken. Hattest du dann in der Runde reine Magier dabei oder waren das dann eher Leute, die sozusagen gesagt haben, ja gut, ich habe so als letztes Zufluchtsding die Magie, die mich halt auf blöd auch umbringt, aber bevor ich sterbe, probiere ich es aus? Oder hattest du dann so Leute, die gesagt haben, nee, ist mir egal, ich gehe auf den zerstörtesten Körper ever oder die zerstörteste Psyche ever, ich will dafür diese Macht haben? Ja, tatsächlich war das sehr unterschiedlich bei den Spielern, was auch echt cool war. Also wir hatten einen dabei, der Richtung Alchemie gegangen ist, was jetzt nicht so arg, nicht so, sage ich mal, nicht so extreme Folgen hat oft, weil das ein bisschen, also war in dem System Equal Exchange. Ja, so ein bisschen die harmlosere Variante und jetzt aber auch in der, dementsprechend auch nicht ganz so mächtig, also Alchemie war ein Teil, dann hatten wir eine, ich würde sagen, so klassische Waldelfe mit Pfeile und Bogen und ein bisschen Naturmagie, die war so ein Mix, also vor allem so Survival-mäßig unterwegs, aber halt auch ein bisschen Magie, bisschen Naturmagie konnte die auch, aber die hat es immer eher sehr dezent eingesetzt. Da hatten wir einen Magier dabei, der tatsächlich auch ein Halbelf mit dieser Naturspezialisierung, aber halt volle Kanne. Und ich habe den Spielern ermöglicht, dass sie von Anfang an tatsächlich auf einem sehr hohen Level starten können mit den Charakteren. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen würde, weil es nicht so viel Spielraum vielleicht für Entwicklung lässt, aber es hat dann ganz gut geklappt, weil dieser besagte Magier sich dann von der Naturmagie so ein bisschen wegentwickelt hat und die Blutmagie entdeckt hat, die verboten ist, selbstverständlich, weil sie es ermöglicht, dass du nicht aus deinem eigenen Körper die Lebenskraft ziehst für deine Zauber, sondern aus einem anderen. Und also aus Bäumen, aus Menschen, aus was auch immer. Und da hat er sich dann ein bisschen dran gewagt und tatsächlich auch wirklich immer an der Grenze gewesen. Also es war wirklich immer an der Grenze zu, also er hat auch wirklich Stimmen gehört mit der Zeit und alles. Und es hat damit geendet, dass er, er konnte sich in einen Wolf verwandeln am Schluss und in einer relativ großen Schlacht für unsere Verhältnisse hat er am Schluss, ist er in so eine Raserei verfallen in seiner Wolfsgestalt, weil er halt einfach nichts mehr von gut, von böse unterscheiden konnte, dass er fast eine sehr wichtige NPC-Dame zerfleischt, also er hat sie ziemlich zerfleischt, aber sie konnten sie dann mit sehr viel Mühe, haben sie sie, also sie haben sie sehr bemüht, sie zu heilen. Da war ich sehr glücklich. Aber, also der hat schon die Auswirkungen dann zu spüren bekommen, dass das doch vielleicht, naja, ein bisschen sparsamer, besser gewesen wäre. Also er hat wirklich die Grenzen des Systems, was du erfunden hast, hier einmal Vollgas ausgelotet. Ja. Aber es war auch sehr cool, ja. Ja, interessant. Ich glaube, dann greife ich einfach gerade mal, weil es ein schöner Übergang ist, dem nächsten Begriff aus dem Zufallsgenerator voraus. Ich weiß ja, was da drin ist, ich habe den ja gefüttert. Und wir können uns schwierigen Spielern zuwenden. Ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast, du hörst ja gerne auch Almost Daily, ne? Von den Rocket Beans noch. Da gab es vor kurzem eine Folge mit den ganzen Spielleitern, die so bei Rocket Beans ihr Unwesen treiben. Und die haben ganz interessant so über schwierige Spieler geredet. Das heißt, Spieler, die gerne so ein bisschen trollen, ne? So ein Gunnar bei Tabor oder sowas. Und die dann gerne da so ein bisschen, ja, ihr Unwesen treiben. Hast du Erfahrungen mit solchen Spielern? Das klang gerade aus deiner ersten Runde schon so. Ja, klang vielleicht etwas schlimmer als gedacht, weil da war es noch auf einem guten Level, sag ich mal. Weil die Problematik da war, das war ein Spieler, der selbst sehr lange Spielleiter war. Und das ist häufig so, glaube ich, dass du dann endlich mal Bock hast, richtig den Spielleiter zu treten. Wenn du selber den Job ewig gemacht hast und du weißt, wie dich deine Spieler immer ärgern und nerven. Aber ich will, das muss doch gehen, das muss doch gehen und sowas. Und da hat er einfach mal richtig Bock gehabt. Aber das war in Ordnung. Also das war in einem Rahmen, wo ich sage, ja, alles easy. Okay, war noch mit Zurückhaltung. Ja, also es war noch okay. Ansonsten finde ich es manchmal ein bisschen schwierig, Spieler zu inkludieren, die sehr still sind von sich aus. Hatte ich auch schon. Da ist es ja hilfreich, wenn du dann wirklich auch andere Spieler dabei hast, die das merken und so ein bisschen mithelfen, diese Spieler dann mehr einzubinden. Und ich habe mir dann angewöhnt, wirklich Herausforderungen für explizit diese Charaktere zu schreiben, so ein bisschen auch. Also das ist manchmal ist es, weil einfach der Spieler ein bisschen stiller ist. Und manchmal ist es auch, weil vielleicht der Charakter ein bisschen schwierig ist zu spielen. Also wir hatten zum Beispiel mal einen blinden Charakter dabei. Das ist, also das kann wirklich zu einer Schwierigkeit werden. Also blind zu sein in einem Abenteuer kann schon eine sehr, sehr starke Einschränkung sein. Und er hatte dann auch einen coolen Blindenhund, das war alles ganz witzig. Aber ich habe dann zum Beispiel schon versucht, wirklich explizit viel in Dunkelheit stattfinden zu lassen, wo er einfach den Nachteil nicht mehr so arg hat und vielleicht sogar einen Vorteil gegenüber den anderen Spielern. Genau, und das hat dann schon, sowas hilft dann ganz gut, um so Charaktere auszugleichen. Und sonst hatte ich echt immer sehr, sehr viel Glück mit den Spielern. Also da kann ich mich wirklich nicht beschweren, dass da mal irgendwas eskaliert wäre. Ja, ich fand den Punkt ganz interessant, den die dann angesprochen haben. Ich glaube, ich weiß nicht, war es der Hauke oder so, der dann gemeint hat, es ist eigentlich, man braucht eigentlich solche Spieler, die dann immer mal wieder so ein bisschen auch vielleicht was machen, was jetzt nicht unbedingt in der Planung war des Spielleiters. Das kommt ja nur sehr selten mal vor. Und man braucht schon so ein bisschen so Trolle, so Störenfriede, die dann auch einfach so eine gewisse Abwechslung und auch Entspannung in eher stressige Situationen bringen. Fand ich ganz interessant, den Punkt, weil normalerweise würde man jetzt mal sagen, ja gut, als Spielleiter hat man eigentlich nicht ganz so viel Bock. Auf der anderen Seite kann ich es auch nachvollziehen, weil wenn deine Spieler halt einfach alles machen, was du ihnen sagst, dann sind es sehr langweilige Spieler. Richtig. Oder sehr neue Spieler, dann kann man es ihnen nachsehen. Ja, sowas finde ich immer ganz faszinierend, weil gerade so diese unerwarteten Wendungen sind oft interessant, weil man als Spielleiter ja immer so eine gewisse, also ich habe zwei sehr unterschiedliche Spielrunden geleitet, das muss man jetzt mal vielleicht dazu sagen. Das eine war eine sehr, sehr freie Welt, wo sie sich sehr frei bewegen konnten, wo ich fast gar nichts vorgegeben habe. Und da habe ich auch sehr viel improvisiert, weil ich halt einfach eher die Welt gut kannte als eine Storyline. Das andere war wirklich, oder ich habe es mir so vorgestellt, wie eine sehr, sehr strikte Story, weil ich auch neue Spieler dabei hatte und ich hatte ganz viele Stationen vorgeschrieben. Also jetzt auch nicht super im Detail, aber schon so einigermaßen. Und ich habe schon gemerkt, dass es mir dann viel schwieriger fällt zu improvisieren, wenn in meinem Kopf das schon so drin ist. Also ich habe in meinem Kopf schon irgendwie, okay, die müssen jetzt dahin gehen und es muss jetzt ungefähr so gelöst werden, diese Situation. Dann ist es für mich viel schwieriger abzuweichen und dann mir was auszudenken, wenn sie die Lösung vielleicht anders sehen und anders irgendwie an den Punkt kommen wollen. Als wenn ich gleich von Anfang an sage, okay, das ist jetzt für mich einfach alles Improvisation oder keine Ahnung, ich weiß, da sind fünf Orte auf der Karte und wenn sie dahin gehen, passiert das und das grob. Das ist einfacher für mich als Spielleiter, als wirklich eine Story vorzuschreiben. Weil dann ist man, also ich war dann manchmal so ein bisschen enttäuscht, wenn sie so gewissen Dingen nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt haben, die ich sehr wichtig fand. Und es hat auch ihnen das Ganze schwer gemacht, hinter die ganze Lösung zu kommen von diesem Rätsel. Also das war so ein bisschen so ein Indiana Jones-artiges Abenteuer. Also es ging darum, Atlantis zu finden. Das heißt, es war auch sehr viel auf Rätseln basiert und ja, hat es sehr viel Aufmerksamkeit für Details erfordert. Und wenn dann die Spieler manchmal so durchrushen, wie es halt manchmal auch ist einfach, da denkt man sich so als Spielleiter, nein, aber da könnt ihr noch was entdecken. Und oh mein Gott. Da war doch ein Hebel, Mann. Ja, schon normal. Und da habe ich schon festgestellt, das ist nicht die Schuld der Spieler. Das muss man sich irgendwann mal sagen, sondern entweder hast du es nicht klar genug gemacht als Spielleiter oder es war halt vielleicht auch einfach nicht so wichtig. Also da muss man ein bisschen flexibel bleiben, auch mit NPCs, die vielleicht mal sterben, die nicht sterben sollten. Man darf nicht zu sehr an ihnen hängen. Auch wenn man sie gern hat. Die Spieler mögen sie manchmal nicht. Da muss man sich trennen können von. Ja, man kann ja dann auch immer wieder so Persönlichkeitszyklen von NPCs oder ähnliches Aufgaben von NPCs umschichten oder wieder neu irgendwo anders in die Story reinpacken. Genau. Ja, doch. Du raus. Ja, da haben wir auch schon ein bisschen was angesprochen von einem Punkt, den ich auch noch auf der Liste hatte an möglichen Themen. Was machst du, wenn dir die Spieler davonlaufen? Ich glaube, du hast es gerade fast schon so ein bisschen beantwortet. In einem eher strengeren Setting kann ich mir das gut vorstellen, dass das sehr schwierig ist. Ich spiele ja, oder ich habe ja als letztes ein Einzelabenteuer mit meiner Freundin zusammen gespielt, als ich Spielleiter und eine Spielerin dann nur. Und da hatte ich, das war das Cthulhu-Setting, das Call of Cthulhu-Regelwerk auch. Da habe ich diese Reihe gefunden und dann halt einfach eine von den Geschichten. Also die waren speziell geschrieben für einen Spieler, nur für einen Investigator, wie die ja in den Cthulhu-Regeln, glaube ich, heißen. Habe ich eins genommen, habe das übersetzt und dementsprechend war da die Story auch, das war so ein One-Shot-Abenteuer, relativ kurz innerhalb von, sagen wir mal, drei Stunden oder so durchzuspielen. Und da habe ich dann gemerkt, dass es schon schwierig ist, einfach die Hinweise, die man denkt, den Spielern gegeben zu haben, dann ignoriert zu sehen. Und das ist aber halt dann auch der essenzielle Hinweis. Und du willst es aber ja auch nicht auf dem silbernen Tablett servieren, weil dann wird es für die Spieler wieder langweilig, gerade in so einem Setting, wo vielleicht das Rätseln dann auch sehr wichtig ist. Da würde ich jetzt Indiana Jones auf jeden Fall mit reinnehmen. Absolut. Da würde ich auch Cthulhu irgendwie mit reinnehmen, wobei da der Horror-Aspekt vielleicht noch ein bisschen der vorrangige ist. Aber auch da ist, glaube ich, das Rätseln oder dass die die nächsten Punkte finden, um heil oder im Sinne von Cthulhu eher bei noch normalem Verstand aus diesem Abenteuer wieder rauszugehen. Ja, war auch das erste Mal, dass ich das Cthulhu-Regelwerk gespielt habe. Und da muss ich sagen, ist für einen Spielleiter okay, aber man braucht schon, ich glaube, wenn man die vorgefertigten Spiele aus den tatsächlichen Büchern spielt, ist es einfacher. Bei dem, was ich hatte, haben halt so ein paar essentielle Infos gefehlt. Wie viel verliert der Spieler an Sanity so grob, wenn das und das passiert, wenn das und das eintritt. Weil auf der einen Seite willst du vor allem jemanden, der auch neu in dem System ist, nicht gleich komplett einfach niederknüppeln und sagen Tschüss. Auf der anderen Seite willst du es halt dann auch nicht zu einfach machen. Ja, da braucht man immer so ein bisschen eine Orientierung. Das finde ich immer schwierig an fertigen Systemen, wenn du die Welt nicht selbst geschrieben hast und du kennst sie nicht so gut. Das ist tatsächlich tricky manchmal, weil man hat das Gefühl, in seiner eigenen Welt kennt man die Regeln grob. Und gerade so, was ich jetzt geschrieben habe, wie mittelalterliche Fantasy, das ist easy. Also da kannst du, du findest tausend Informationen zu Reisegeschwindigkeiten im Internet oder sonst irgendwas. Also diese Dinge, die du einfach mal wissen musst. Super viel, ja, das stimmt. Ja, also da gibt es so viel Material, wo du dich dann orientieren kannst für so diese Logik, sag ich mal, hinter der Welt. Aber gerade wenn es um sowas geht, was jetzt so explizit für Cthulhu wie geistige Gesundheit steht, ist natürlich wichtig, dass man grob weiß, wie man damit umgeht. Ja, du musst halt so im Blick behalten, wie lang geht mein Abenteuer noch ungefähr? Wie viel Verstand braucht der Spieler noch Minimum, um durch diese Passage zu kommen? Das ist so mein Anhaltspunkt. Dann meistens so. Er muss am Ende noch in der Lage sein, so eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Oder halt auch nicht. Man kann sich auch ganz den dunklen Mächten hingeben. Warum nicht? War nicht, ja. Kann man alles machen. Aber diese Entscheidung muss der Spieler oder der Charakter zumindest am Ende ja noch treffen können. Und davon ausgeht, schaue ich dann halt immer, ja, okay, wie gut hat sich der Spieler angestellt davor. Und dann gibt es halt entweder bis direkt als Minimum oder, es ist ja eh Würfel auch teilweise entscheidend, wie viel abgezogen wird. Oder halt dann eher etwas gnädiger gewürfelt oder beziehungsweise die Regeln etwas gnädiger gesetzt, um das Ganze dann abzuziehen. Ich weiß nicht, ich finde, das macht man allgemein ganz oft. Dieses Indiana Jones-Abenteuer, was wir gespielt haben, war sozusagen meine Story. Aber mit dem How to be a Hero-Regelwerk von auch Hauke und Co., das ja frei verfügbar ist. Also auch eine ganz krasse Empfehlung. Du hast es ja auch schon erwähnt, letzte Folge. Aber echt für Leute, die einsteigen wollen, ist es ein cooles, simples System. Das versteht auch jeder Spieler. Also es ist tatsächlich auch nett für Systeme, wo man vielleicht nicht so viel würfeln will. Also ja, das ist sehr, sehr simpel. Ja, es ist relativ straightforward. Du würfelst einen Würfel meistens oder zwei und dann liest du eine Zahl ab und vergleichst die mit einem Wert. Du musst nicht mehr groß rumrechnen. Irgendwie das durch das mal dem plus das. Klar, im Kampf hast du es, glaube ich, ein bisschen. Ja, aber auch da ist es relativ simpel zum Glück. Genau, da ist es als Spieler, glaube ich, sehr schnell nachvollziehbar. Ich habe einmal gewürfelt, ja, okay, hat geklappt oder hat nicht geklappt. Ja, und durch diese W100-Würfel, also du hast ja sozusagen, ich habe dann schießen 80. Das heißt, ich habe eine 80-prozentige Chance, es zu schaffen. Das ist halt ganz cool, weil du ja immer mit einem W100-Würfel würfest. Und das können sich die Spieler halt gut vorstellen. Das stimmt, ja, so 50 Prozent. Ah, okay. Genau. Und das ist bei einem anderen Würfelwurf unter Umständen mit einem W20 schon ein bisschen schwieriger auszurechnen. Ich meine, das könnte jeder, aber ... Ja, richtig. Aber auch da ist es ... Ja, gut, da kommt es halt auch drauf an. Wenn du ein System hast, wo du sagst, auch hier vergleiche ich halt, habe ich eine 17, brauche ich und gewürfelt habe ich. Ja. Oder du hast dann drei Werte, auf die du würfeln musst oder so was. Dann ist es natürlich komplexer. Dann wird es, ja, genau, dann wird es komplexer. Das ist halt, glaube ich, auch immer so eine Sache vom Spielleiter. Also ich weiß, du kannst die ... Ich glaube, das sind wir jetzt eigentlich überall bei der fünften Edition angekommen, weil du jetzt vorhin beim Vampire gesagt hast. Ich glaube, DSA ist gerade bei der fünften. D&D ist gerade bei der fünften. Bei DSA bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich bin mir relativ sicher, dass Dungeons & Dragons auch gerade in der fünften Edition ist. Vielleicht haben die das irgendwie mal alle angeglichen. Ich weiß es nicht. Und da hast du ja auch immer ... Also wenn du sagst, okay, ich würfel jetzt hier eher mal nur auf den überliegenden Wert oder ich würfel wirklich krass meine ganzen einzelnen Eigenschaften durch. Ich bin da eher immer ein Freund von, ich mache es einfacher. Ich habe sechs Werte und schaue, zu welchem Wert passt es am ehesten. Was ich jetzt ganz interessant fand bei Vampire Masquerade, das System mit ... Ich kombiniere zwei Werte in einem Würfel. Ich weiß nicht, wie komplex das dann noch verrechnet wird. Aber das ist eigentlich ganz geil. Also für Schleichen dann heimlich und Geduld und so was. Doch, das finde ich ganz cool. Das ist eine coole Idee. Das müsste ich auch mal ausprobieren. Und das ist tatsächlich super simpel, weil du hast sozusagen auf deine Attribute, das ist wirklich sowas wie Stärke, also diese Basisattribute, die man halt oft hat. Und dann die Fertigkeiten, die wirklich so spezifische, wie jetzt eben Heimlichkeit, Autofahren, was auch immer, so ganz spezifische Fähigkeiten sind. Und du hast immer einen Wert von 0 bis 5 auf dieser Fähigkeit oder diesem Attribut. Das ist immer so in Form von so Knubbeln auf deinem Charakterbogen dargestellt. Dann hast du irgendwie drei bei Stärke und zwei bei Schleichen. Das heißt, du hast fünf Würfel. Also simpler geht es eigentlich nicht. Und die Schwierigkeit des Wurfes legt immer der Spielleiter fest. Der sagt dann, du musst mit deinen fünf Würfeln zwei Erfolge schaffen. Und dann würfelst du das. Also das ist tatsächlich sehr, sehr einfach. Und dadurch lässt du es gut kombinieren. Sehr gut, ja. Was da tatsächlich noch dazukommt, ist, was es ein bisschen komplexer macht für einen Spielleiter, ist, dass eine Fähigkeit, wie jetzt zum Beispiel, es gibt diese schöne Fähigkeit Finanzen. Finde ich radios. Also wie gut du mit Geld umgehen kannst und wie gut du Geld erwirtschaften kannst, weil das Einfluss und Reichtum ja in Vampire the Masquerade nicht ganz unerheblich ist, sag ich mal. Da die Vampire sehr gerne sehr viel Einfluss haben. Und da ist es dann so, dass ob du jetzt eins, zwei, drei, vier oder fünf Punkte in diesen Wert investiert hast am Anfang bei der Charaktererstellung, macht einen erheblichen Unterschied. Denn auch pro Stufe, die du sozusagen da hast, unterscheiden sich die Fähigkeiten sehr stark. Also das heißt, du kannst dann irgendwie auf Stufe eins, weißt du, wie man Geldautomaten bedient? Moment, ja, vielleicht ein bisschen mehr. Aber das, genau, also da ist es sozusagen, die Unterschiede zwischen den einzelnen Stufen sind dann nochmal relativ stark, was du dann wirklich kannst. Okay, also kann Basic Geld ausgeben und sich nicht bescheißen lassen beim Rückgeld, bis zu ist der Börsenguru. Genau, genau. Also da, das ist auch durch die Höhe sozusagen festgelegt, die du da investiert hast. Aber ja, an sich ist das Würfel da tatsächlich wirklich easy. Ah ja, ja gut, dann der einzige Nachteil quasi, du brauchst die extra Materialien, die speziellen Würfel. Wobei das... Du brauchst sie nicht zwangsweise. Also du kannst noch ganz normal mit W10 auch spielen. Ich glaube, es ist sozusagen... Dann sagst du, Wert 1 bis 5 ist das und Wert... Genau, also es steht auch im Regelwerk so drin. Also das ist auch nur so eine kleine Randnotiz, dass es diese Würfel überhaupt gibt. Aber ja, da sind sie schon ganz gut dabei, dass sie da nochmal so extra Material verkaufen. Ich hab's auch alles gekauft, weil ich find's alles richtig geil. Ich kann's mir vorstellen, ich mag das Franchise auch unglaublich gern. Also ich bin allgemein auch großer Vampir-Fan, auch wenn's ein bisschen cringy ist, aber... Es ist halt so. Und vor allem, wenn die Vampire so richtig dirty sind. Ich lieb das ja. Also nicht so die klassischen Twilight-Vampire, die dann irgendwie glitzern durch die Welt laufen, sondern... Also auch wenn ich den durchaus auch mal an Weihnachten Twilight gucken kann, kein Problem. Ich mag zum Beispiel auch die Serie True Blood, erinnert mich da immer sehr stark dran. Die war auch so ein bisschen widerlich und... Ja, das war so ein bisschen... Nicht Vampir-Sitcom, sondern so ein bisschen Vampir... Ich hab mal reingeschaut ein bisschen. Das erinnerte mich auch so ein bisschen an die erwachsene Version, sage ich jetzt mal, von diesen Twilight-Dingern. So schon noch sehr viel... Ja, ja, schon noch sehr viel so dieses Beziehungs-Ding und... Das stimmt, ja. Sonst, ich glaub, die Vampire waren ein bisschen offener in der Welt, oder? Also es war allgemein bekannt oder sowas, dass es Vampire gibt. Ja, ja, genau. Das war ganz cool, ja. Das war bei True Bloods irgendwie der Fall. Ich hab nur die ersten drei Folgen oder so, glaub ich, gesehen. Und auch das ist schon eine ganze Weile her, wenn mir die irgendjemand mal empfohlen hat, ja. Ja, ich bin großer Fan von so dieser Blade-Welt. Blade 1 bis 3 ist einfach grandios. Also alle drei, find ich, find ich ganz gut. Bei einem Dreier gibt's, glaub ich, relativ viel auszusetzen. Aber ich mag Ryan Reynolds. Er ist ja auch noch mit dabei. Ich mag diese Blade-Welt im Allgemeinen. Das ist gut gemacht. Ja, doch. Das auf jeden Fall. Also ich find auch, grundsätzlich, Vampire dürfen ruhig böse sein. Bei True Blood fand ich's auch ganz interessant, weil, also, das ist tatsächlich wie die erwachsene Version von Twilight, trifft's tatsächlich sehr, sehr gut, weil es ist zwar sehr blutig, aber es ist eben, wie du sagst, Beziehungsdramen sind super wichtig. Und von dem her gibt's da auch einiges, was man nicht mögen kann, sag ich jetzt mal. Aber das hast du eben bei Bloodlines oder bei Vampire the Masquerade tatsächlich dann nicht mehr so. Also ich find, da ist es tatsächlich wirklich dieses Kämpfen um den Einfluss und gegen das Biest in dir kämpfen. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Kern des Ganzen. Du kämpfst eigentlich dagegen an, noch unmenschlicher zu werden und irgendwann verlierst du aber auch den Rest deiner Menschlichkeit und wirst zum absoluten Tier sozusagen. Also und da, das ist eigentlich so der Konflikt, der im Spieler dann immer ist. Ich möchte, ja, ich muss trinken, ich muss Blut trinken, ich muss das alles machen und, ja, halt dabei versuchen, nicht niemanden umzubelegen, so ungefähr. Also das ist, und nicht aufzufallen vor allem. Nicht aufzufallen beim Umlegen, ich glaub, das ist der größte Teil. Was mich daran fasziniert, ist auch dieses Mafia-Ding, also diese Clan-Geschichten. Das fand ich auch unglaublich geil. Das fand ich zum Beispiel auch bei Underworld sehr geil. Also bei den Filmen. Ich hab Vampirliteratur tatsächlich sehr wenig gelesen, muss ich sagen. Jetzt mal abgesehen von den, von der Chronik der Unsterblichen, die ich auch in der Vampirgeschichte vorgestellt hab, von Wolfgang Hohlbein, hab ich da sehr wenig so in diese klassischen Vampirgeschichten Richtung. Mir würde jetzt auch außer Dracula nicht so viel einfallen dazu, was man so als klassische Vampirliteratur bezeichnen würde. Jetzt mal mit Ausnahme von den Twilight-Geschichten, die halt ihre sehr begrenzte Zielgruppe haben. Ja, absolut. Also tatsächlich wird mir da auch nicht viel einfallen, muss ich jetzt auch ehrlich sagen. Also Dracula hab ich tatsächlich gelesen, weil das auch so ein bisschen, ich hab ja Germanistik studiert und da ist das natürlich auch so ein bisschen Teil gewesen, als klassische Literatur so ein bisschen. Ja. Aber ich hab tatsächlich den ersten Band, Twilight, gelesen. Und beim zweiten wirklich, also das ist eines der wenigen Bücher, die ich abgebrochen hab, muss man mal dazu sagen. Hat alles seine Berechtigung und alles, also ist alles gut, wenn die Leute das mögen, aber war jetzt auch nicht so mein Ding. Und sonst würden wir jetzt, also ich bin immer eher auf der Seite der Werbeöfe gewesen, muss ich sagen, als Kind schon, als auf der Seite der Vampire. Deswegen hat mich das auch immer ein bisschen mehr interessiert. Aber ja, das glaube ich, ist es auch schon an Vampirromanen. Ja, ich glaube, ich lese auch sehr wenig einfach so, wie wird das, Urban Fantasy oder Contemporary Fantasy, da lese ich einfach sehr wenig in der Richtung. Weil mein Augenmerk liegt dann doch eher noch auf so dem klassischen High Fantasy. Oder halt mal auf was so völlig anderem, dann irgendwie, wo man, weiß nicht, sagen wir mal auf Magie verzichtet und eher nur die Technik so als Magie sozusagen hernimmt oder so. Solche Sachen finde ich dann auch sehr geil. Ähm, aber ja. Was mich an den Vampirgeschichten meistens stört, ist dieser Liebes-Romantik-Scheiß, der da dabei ist, der die ganze coole, ey, es sind blutrünstige, blutsaugende Monster, die ursprünglich mal die Dämonen waren. Ja. Ähm, Aspekt geht da zumindest in den moderneren Sachen eher doch wieder verloren. Also, äh, Dracula ist da ja ein gutes Beispiel für, wie es klassischerweise so blutrünstiges Monster und so sein kann. Mit seinem gewissen Charme, was dann, glaube ich, auch so ein bisschen, äh, in den 20er, 19, 20er Jahren oder so, diese Erotikwelle, was Vampire angeht, ähm, so ein bisschen losgetreten hat und wohl bis heute noch zieht. Aber, ähm, ja, ich mag's eher, wenn die gefährliche, dreckige Wesen sind. Ja. Und bei Wehrwölfen. Ja, und da hat, genau, da hat Vampire the Masquerade, glaube ich, das alles so ein bisschen aufgegriffen. Also, das hat, die bedienen sich da wirklich, äh, es gibt ja auch einen Clan, der Nosferatu heißt, explizit auch in dieser Welt so ein bisschen nach diesem Film benannt, glaube ich. Also, ich glaube, das ist sogar Teil der Lore, dass der Film, ähm, mit auch irgendwie, äh, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber zumindest mal, äh, auf einer Metaebene sind die natürlich nach diesem Nosferatu-Film benannt, ähm, weil die sehr hässlich sind einfach. Dieser ganze Clan ist unglaublich hässlich. Das finde ich auch schon so, das ist so eine mutige Entscheidung, um so was zu machen, ähm, wo du sagst, es ist so unpopulär einfach. Da geht's jetzt nicht darum, dass Vampire immer die schönsten und, äh, keine Ahnung, anziehendsten Wesen sind. Und zum Beispiel ist es in Vampire the Masquerade auch so, dass sehr viele Vampire gar keinen Sex mehr haben können. Finde ich auch total spannend. Ähm, was irgendwie so ein bisschen das Gegenteil ist von dem, was man irgendwie so von Vampiren, und wie du sagst, dieses erotische Bestandteil irgendwie, hat man doch oft dabei. Ja. Aber ist jetzt in dem Fall, ähm, meistens eher vorgetäuscht. Mhm. Okay. Interessant. Nee, stimmt, ja. Normalerweise sind Vampire ja auch die, die dann die, die jungen, äh, die Jungfrauen verführen und sie zu, zu weiteren Vampiren machen, äh, unter die volle Kontrolle bringen. Ja. Doch. Interessant. Ähm, gut. Ich hoffe, ich hatte gerade kurzfristig irgendwie einen ziemlichen Soundausfall, also eine ziemliche, eine ziemliche Verzerrung im Ton. Ähm, ich höre es immer noch. Ich weiß nicht, das kommt auch manchmal beim Zocken, wenn ich im, im Voice-Chat mit irgendwen bin, an irgendeiner Stelle. Ich hoffe, dass das nicht auf der Aufnahme ist. Wir machen jetzt einfach, weil wir tun so, als wäre nichts, und machen einfach weiter. Und ich hoffe einfach, dass das, dass das trotzdem weiterhin passt. Ich hoffe, dass da nur irgendein Kabel im Arsch ist oder sonst irgendwas. Also sozusagen immer, wenn ich, wenn ich rede, oder, ist hinten nach so ein Genau, das ist so ein, so ein richtig schönes, äh, verzerrtes, äh, Distortion-Effekt draufgelegt. War ich auch manchmal, äh, bei Google-Meets tatsächlich. Hm. I don't know. Ja, ich weiß es nicht. Nee. Sonst, hier müsste eigentlich einstellungstechnisch noch alles passen. Naja, egal. Ähm, machen wir weiter. Schmeißen wir nochmal den Zufallsgenerator an. Was haben wir denn noch? So, ähm, über schwierige Spieler haben wir geredet. Über Rollenspielsysteme im Allgemeinen haben wir nicht geredet. Ähm, wir haben schon ein bisschen über Rollenspielsysteme geredet. Ähm, du hast gemeint, du hast, äh, die erste Runde war ja auch ein System, ähnlich wie das, äh, eine Runde, was ich als Spieler sehr, sehr lange, mehrere Jahre lang gespielt habe, ohne Würfel, ähm, gespielt. Was ist deine Erfahrung damit? Also, ich fand's ja persönlich ziemlich geil, hab ich, glaube ich, in der Rollenspielsysteme, äh, Folge auch gesagt. Was ist deine Erfahrung damit? Als Spielleiter? Ja, also, ich fand's sehr, sehr cool, ähm, weil es den Spielern wirklich das Gefühl gegeben hat, dass das, was sie können als Charakter, auch wirklich, also, es ist nicht vom Zufall abhängig, sagen wir's mal so, ähm, sie haben nicht so einen, so einen Zufallsfaktor bei dem, was sie machen, sondern sie müssen einfach nur, in Anführungszeichen, mich überzeugen, dass das funktioniert. Und das ist manchmal als Spieler sehr schwer, weil du, ähm, manchmal vielleicht auch was nicht erlauben möchtest, und dann würdest du halt einfach einen Wurf erschweren, ähm, und es so ein bisschen unmöglich machen. Also, da kannst du dann manchmal mit dem Würfelsystem einen einfachen Weg raus aus der Nummer sozusagen, den hast du dann nicht so sehr, wenn du nicht würfest, da musst du halt wirklich argumentieren und aus Gründe liefern, warum das vielleicht nicht gehen könnte. Ähm, ansonsten hat's sehr gut zu meinem, auch zu meiner Welt gepasst, weil mir war sehr wichtig, ähm, dass sie, also das, was natürlich völliger Quatsch ist bei Fantasy, bei einer Fantasy-Welt, äh, dass es realistisch ist. Und, ähm, im Sinne von, es ist ja ganz oft in Fantasy-Videospielen oder sonst irgendwas so, dass du irgendwie da rumläufst, du schnetzelst die Banditen ab und niemand tut dir was, ähm, und auch wenn's, also in einer echten, in Anführungszeichen, Fantasy-Welt, ähm, würde das halt wahrscheinlich nicht so einfach funktionieren. Selbst wenn du irgendwelche Verbrecher auf der Straße ermordest, würde das Konsequenzen haben in irgendeiner Form. Und das hab ich meinen Spielern sehr schnell eingetrichtert, dass alles, was sie tun, Konsequenzen haben wird. Und auch wenn sie meinen, sie machen das aus einem guten Grund, und das war ganz lustig von, von der Art zu spielen, ja, ich hab das zwar ein bisschen aufgeweicht mit der Zeit, weil das kann auch ein bisschen den Spielspaß nehmen, wenn man zu streng ist bei sowas, aber das hat das, da hat dieses Nicht-Würfeln auch gut dazu gepasst, weil sie eher weniger gekämpft haben dadurch. Also, ähm, Kämpfe tatsächlich ohne Würfeln finde ich relativ schwierig abzubilden. Also, das ist dann manchmal ein bisschen chaotisch, du hast jetzt nicht so eine richtige Reihenfolge. Ich musste sehr, sehr viel aufmalen bei den Kämpfen immer, also ich hatte immer so eine, also das wäre eigentlich ein Tabletop sinnvoll gewesen dafür, weil, ähm, wirklich so, wo bewegst du dich hin, wo passiert was, ähm, das war tatsächlich nicht so einfach, weil, ja, also, war zwar auch cool, es hatte eine coole Dynamik, weil du halt wirklich nicht gesagt hast, ich schieße auf den, oder, beziehungsweise, schießen war das zwar nicht, aber, ähm, weiß ich nicht, ich schlage mit dem Schwert nach dem. So einfach war es halt dann nicht. Also, er konnte nicht, die Spieler konnten nicht sagen, ich schlage und dann würfele ich. Sondern sie mussten halt dann beschreiben, okay, wie gehe ich diesen Kampf an? Ähm, wie versuche ich den Kampf zu lösen? Bin ich eher so dirty unterwegs und schmeiß dem Dreck ins Gesicht und, ähm, kämpfe mit allem, was ich zur Verfügung habe? Oder versuche ich zu duellieren? Oder, also, es hat halt sehr viel mehr, ähm, Rollenspiel abverlangt von den Leuten. Ähm, selbst in solchen Situationen. Ja. Also, du musstest selbst beim Kämpfen Rollenspielen. Und das war aber auch sehr, sehr cool. Also, mir hat das sehr gut gefallen. Tatsächlich auch den Spielern zu einem großen Teil, ähm, die dann eher Angst hatten bei der nächsten Runde, oh mein Gott, jetzt spielen wir mit Würfeln. Was passiert jetzt? Ja, es ist eine Umstellung. Also, in beide Richtungen ist es eine Umstellung, definitiv. Ähm, macht aber immer Spaß. Also, ich fand's auch sehr, sehr spannend. Wie du sagst, Kämpfen ist äußerst schwierig. Hat uns in der Runde damals nicht davon abgehalten, ähm, sehr viel zu kämpfen. Was, äh, unser Spielleiter damals, glaube ich, ganz schön gefordert hat in der, in der Hinsicht. Aber, ähm, er hat's auch richtig drauf. Also, er ist einfach ein grandiose Spielleiter. Ja. Muss man da zu der Stelle auch mal sagen. Ähm, und es, klar, es ist dann immer so, du bist dann im Eifer des Gefechts und dann heißt es ja, Moment mal, jetzt darf erst mal der Nächste sagen, was er, was er für eine Aktion macht. Ähm, das hast du aber in jedem, glaube ich, Rollenspielsystem, also auch wenn du würfelst, hast du ja immer die, die Initiative, ähm, und hast dann sogar noch viel, viel strenger nur eine Aktion am Stück, weil ansonsten wird's auf jeden Fall unfair für alle anderen. Ja. Ähm, und ich find, das ohne Würfelsystem gibt einfach, ja, es gibt einfach sehr viel Freiheiten. Ähm, es verstärkt die Probleme, die man hat, glaube ich, noch ein bisschen. Also, wenn die Spieler dir davonlaufen, dann laufen sie dir davon und dann musst du ihnen erstmal, ähm, überzeugend erklären, dass sie da gerade nicht lang können. Ähm, statt einfach, ja gut, äh, statt einfach irgendwie würfeln zu lassen und es geht irgendwas schief und dann klappt's sowieso nicht. Ähm, und beim Kämpfen, es wird chaotisch. Ja, also ich glaube, als Spielleiter braucht man da nochmal eine wesentlich krassere Übersicht, ähm, und einen wesentlich krasseren Überblick. Und wir haben ja auch in der Runde mit sechs Leuten gespielt, also das war ja jetzt auch nicht gerade wenig. Ähm, für die Kämpfe, wir haben nicht sehr oft alle zusammengekämpft, glaube ich, weil wir haben uns ja auch quer über die Weltkarte verteilt. Das hat die Kämpfe dann wieder ein bisschen einfacher gemacht, den Rest dafür nicht, glaube ich. Ähm, also ich mag auch diese Freiheit, die man hat, ähm, und dieses überzeugende Kämpfen. Jetzt waren alle Spieler, die wir dabei hatten, doch eher relativ die Kampfsportfans oder haben so ein bisschen so eine Ahnung davon gehabt. Ähm, deswegen ging das ganz gut dann zu beschreiben. Hier machen wir das, hier machen wir das, ich versuche hier mit meinem Schwert einen Schlag von oben schräg runterzuziehen, von unten durch seine Deckung durchzustechen, irgendwas in der Richtung. Ähm, das hat's, hat's schon auch sehr interessant gemacht und sehr dynamische Kämpfe mit, die dann ... Genau, spürst du so eine, so eine Taktiktiefe dann damit ein bisschen mehr, finde ich noch, weil, ähm, in einem Würfelkampf kannst du vielleicht noch sagen, ich geh in Deckung oder sowas, wo du sagst, okay, ich kann dadurch vielleicht meine Werte verbessern oder der Spieler, der erleichtert mir dann vielleicht einen Schuss oder was auch immer. Ähm, aber in einem, in einem würfellosen Kampf sozusagen musst du eben taktisch viel klüger vorgehen, so ein bisschen oder du machst es automatisch, weil du halt, ja, du, ja, stürmst halt nicht einfach irgendwo rein im Normalfall, sondern du musst dich ein bisschen koordinieren und wir hatten tatsächlich in unserer Runde nur, glaube ich, Kämpfe gemeinsam als Gruppe und noch dazu und das ist tatsächlich vielleicht auch noch was, ähm, wir können vielleicht noch über NPCs kurz sprechen, das finde ich ganz lustig. Oh ja, gerne. Wir hatten sehr viele NPCs zur Seite, die waren in einer relativ großen Gruppe unterwegs, es waren immer so sechs, sieben, acht Leute irgendwie und, ähm, das heißt, es waren immer, also es waren jetzt keine massiven Schlachten oder sowas, aber es waren immer größere Kämpfe mit mehr Leuten und dadurch war es auch irgendwie immer witzig, weil du hast halt den einen Spieler machen lassen, aber an einer anderen Stelle ist was völlig anders passiert. Das hat so ein gewisses Chaos, also so ein positives Chaos reingebracht in die Kämpfe, wo du so vom, auch als Spieler, glaube ich, das Gefühl hast, okay, ich kann jetzt gerade gar nicht alles überblicken, ich muss einfach überleben, so ein bisschen und das finde ich immer ganz spannend, also, ja, das macht es irgendwie auch cool. Doch, auf jeden Fall, ne. Ja, NPCs habe ich tatsächlich auch, äh, noch auf der Liste der Zufallsgeneratorwörter, ähm, können wir gerne direkt da hinspringen, zu, zu NPCs, zu Charakteren, ähm, wie viel Mühe gibst du dir bei NPCs? Was für NPCs hast du alle? Du hast gesagt, äh, du stellst den Leuten NPCs zur Seite. Hatten wir in den meisten Runden, die ich so gespielt habe, auch, äh, in irgendeiner Form immer, sei es in Form von Tierbegleitern, die ja, glaube ich, für einen Spielleiter da noch ein bisschen einfacher sind, weil sie, in den meisten Fällen nicht unbedingt oder nicht so viel reden können und solche Sachen, ähm, auf der anderen Seite, ja, menschliche Begleiter, oder, oder, äh, redende und intelligente Begleiter, nennen wir es mal so. Ähm, was, äh, wie gehst du vor bei NPCs? Wie gehst du bei der Planung vor? Denkst du sie dir entlang deiner Geschichte aus? Oder, ähm, hast du irgendwas im Kopf, wo du sagst, Batsch, das wäre ein geiler NPC, den baue ich irgendwie ein? Wie gehst du vor beim Erstellen von NPCs? Oder beim Planen, sagen wir mal so? Oder dürfen die Spieler sich die selber ausdenken? Ne, also, dass ich, also, ich sag mal so, die meisten NPCs habe ich dann schon grob im Kopf, also, zumindest die wichtigeren. Also, ich bin kein Fan davon, jetzt irgendwie jedem Schmieden, jeder Stadt einen Namen zu geben. Das, da bin ich zu faul für. Und da, da sehe ich auch die Relevanz nicht. Stadtwaffe 2. Ja, genau. Ähm, da haben die Spieler das auch irgendwann, begriffen, also, wenn du jetzt erfahrene Spieler hast, die wissen das, die fragen da auch nicht unbedingt danach, wie heißt jetzt der und was macht der? Und, also, es gibt einfach gewisse Charaktere oder NPCs, die sind einfach nur da, weil sie eben Stadtwachen sind oder ein Schmied sind oder sonst irgendwas. Die sind einfach so Utility-NPCs sozusagen. Die haben keinen Charakter in dem Sinne. Aber so wirklich diese, also, in meinem ersten Abenteuer eben, war das dann eine Expeditionsgruppe, mit der sie unterwegs waren. Das heißt, es waren wirklich, abgesehen von den drei Spielern, ich glaube wirklich so fünf, sechs, äh, NPCs, die alle ausgearbeitet waren, die alle eine Hintergrundstory hatten. Und mit denen sind die halt immer rumgehangen. Und die Idee war am Anfang ganz cool. Ich habe aber echt schnell festgestellt, dass ich damit den Spielern Zeit nehme oder Zeit, Spielzeit raube. Weil, das hat auch Hauke letztens witzigerweise erwähnt, als er, also Hauke Gerdes, der ja auch die Rocket Beans, ähm, Pen and Paper zum großen Teil, äh, gemacht hat oder geschrieben hat, ähm, dass er es gar nicht gerne hat, wenn die, äh, Spieler NPCs mitnehmen. Also, wenn die die mitschleifen. Das versucht er zu vermeiden, weil dadurch muss er mehr spielen. Also dadurch interagieren die sehr, sehr viel mehr mit den NPCs. Also nicht nur mal ein schnelles Gespräch oder irgendwie, keine Ahnung, in einem Kampf oder so, sondern wenn du die so mit dir mitschleppst, dann sind die einfach Teil der Gruppe und ich muss die ja spielen als Spielleiter. Ja. Und jetzt bin ich von Haus aus nicht so ein Spielleiter, der sehr, sehr viel, äh, direkt spricht. Also, ich beschreibe mehr, als dass ich, ähm, Stimmen imitiere oder sonst irgendwas. Das kann ich, da bin ich nicht so gut. Da bin ich ja recht schlecht drin. Und das heißt, ich habe... Da ist Hauke ja ein Meister drin. Ja, absolut. Das finde ich echt bewundernswert. Und das heißt, ich muss immer dann so viel erklären, wenn so viele NPCs teilnehmen. Und dann, dann hat er dieses, auch noch noch dazu, diese Gruppe in der Hierarchie und hat da eine Anführerin. Und das war einfach strategisch total dämlich, dass diese Anführerin ein NPC ist. Ja. Weil dadurch haben die Spieler natürlich immer erwartet, dass die entscheidet, ähm, was passiert. Und sie hat das aber immer, also gut, ich habe das dann natürlich schon so dargestellt, dass ihr halt wichtig ist, dass die Gruppe gemeinsam entscheidet und so weiter. Aber das, da habe ich mir wirklich Steine in den Weg gelegt. Und, ja, und natürlich habe ich diese NPCs auch alle sehr, sehr geliebt. Ähm, und die Gruppe hat allen misstraut. Die hat von allen gedacht, die bescheißen sie. Und das war immer sehr grandios, weil ich wirklich immer so kurz vor Panik war, scheiße, die bringen die jetzt um. Oh mein Gott, die können doch nicht ihre Freunde jetzt hier umlegen. Und, ähm, Gott sei Dank haben sie es tatsächlich auch nicht gemacht. Also eine ist versehen nicht mal gestorben, wie gesagt, aber, oder fast gestorben. Aber, ähm, ja, von dem her, äh, zu viele NPCs, die sehr, sehr viel mit den Spielern rumhängen, sind nicht so eine gute Idee. Das stimmt, ja. Ich glaube, dann entwickelt sich das auch mehr zu so einem, äh, du als Spielleiter führst irgendwie fünf Gespräche, jeweils einzeln mit deinen Spielern und die Spieler machen untereinander nicht mehr so viel. Ja. Weil man fragt ja doch immer den mit Ahnung, was als nächstes passiert und das ist halt dann sehr oft der Spielleiter beziehungsweise der NPC, ne. Ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Ich hab, äh, in den Runden, die ich bisher geleitet hab, bei einem, äh, von den, von den Einzelrunden, die wir ausprobiert haben, ähm, also mit nur einer Spielerin, da hab ich versucht, einen NPC an die Hand zu geben und dann für den NPC aber nicht selber zu entscheiden, sondern da dann den Würfel entscheiden zu lassen, was totales Chaos war, weil ich hab dann ein würfelloses System mit der Spielerin gehabt und ein Würfelsystem mit dem NPC und das hab ich auch nicht, überhaupt nicht zusammengebracht. Also ich hab dann irgendwann drauf geschissen und hab gesagt, okay, wenn ich über die Hälfte komme, geht's gut, wenn ich unter die Hälfte komme, geht's, äh, schief oder die Werte, Hälfte mal ein bisschen verschoben, so in Richtung einfacher und schwerer. Ähm, aber auch das fand ich tatsächlich, muss ich sagen, noch relativ anstrengend, da irgendwie quasi zu würfeln. Ähm, ich hatte es mir überlegt als Möglichkeit eben, dass ich nicht alles als Spielleiter in der Hand hab, sondern dass dann eben die, also auch, es war eigentlich so ein Balancing-Check, sollte es sein. Ähm, so ein, ich lass dann nicht einfach meinen NPC-Charakter quasi irgendwas immer gelingen oder sowas, ähm, auch, damit es einfach auch wieder nicht zu einfach wird für die Spielerin, ähm, aber das, äh, kann ich niemandem, niemandem empfehlen, sowas zu machen, also zwei Systeme miteinander zu mischen, äh, die wirklich so, so unterschiedlich sind, weil ich dann doch wieder Wertetabellen gebraucht hätte, oder hatte, und dann aber festgestellt hab, dass die nicht ausreichend sind, ähm, für alles Mögliche, und dann hab ich das quasi, äh, unterm Kampf auch über Bord geworfen. Ähm, war sowieso nur so ein Support-Charakter, also so einer, der so ein bisschen aus der Ferne, so Fernkampf-mäßig, so ein bisschen Unterstützung, so ein bisschen Schaden machen kann, und ansonsten vielleicht so die gröbsten Gliedmaßen wieder annähen, wenn irgendwas nicht, äh, geklappt hat im Kampf, so, und das hab ich mir gedacht, ich glaube, mein Bild ist weg, ne? Ja, ich seh dich nicht mehr. Also, die Leute, die uns dann zuhören, äh, sehen sowieso nichts mehr. Nachdem die Technik jetzt so langsam, aber sicher den Geist aufgibt, ähm, ähm, würde ich sagen, ich weiß nicht, wir waren jetzt gerade relativ am Ende des Themas NPCs, möchtest du noch was dazu sagen? Hast du noch irgendeinen, irgendeinen Einwurf? Ansonsten würde ich sagen, ähm, hören wir einfach an der Stelle mit der Folge mal auf, wir haben einiges abgearbeitet, wir haben, äh, viel über Rollenspiele geredet. Ich hab noch ein paar Punkte auf dem Zufallsgenerator, aber wir können ja einfach irgendwann noch mal eine zweite Folge im neuen Jahr aufnehmen. Genau. Und da dann weiterreden. Äh, ich hoffe, dass diese Verzerrung wirklich nur auf meinen Kopfhörern ist und nicht auch in der Aufnahme. Wir werden es gleich feststellen. Ähm, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir, Antel Wester, die Zeit genommen hast, mir diese Folge aufzunehmen. Sehr, sehr gerne. Und das werde ich sie auch heute noch hochladen oder wenn es audioqualitätstechnisch in Ordnung ist. Gut ist sie auf jeden Fall, wir zwei haben miteinander geredet. Ähm, kann doch gut sein. Genau. Äh, vielen Dank dafür. Ja, ich danke, dass ich da sein durfte. Sehr gerne und auch gerne wieder. Ähm, ansonsten mein üblicher Aufruf an alle, die hier gerne zuhören und fleißig weiter einschalten. Erzählt anderen Leuten von diesem Podcast. Ähm, ich möchte mehr Zuhörer haben. Ich möchte, dass noch mehr Menschen die Begeisterung für Fantasy und Rollenspiele entdecken. Ähm, ansonsten, wenn es irgendwelche Rückmeldungen gibt, irgendwas, was ihr sagen wollt, loswerden wollt, natürlich nur Lob, keine Kritik, dann gerne über Twitter at Volksverdommung und per E-Mail volksverdommung at gmail.com. Ähm, Kari, möchtest du noch Werbung für irgendwas machen, wo man nicht findet oder sonst irgendwas? Ähm, ja, ich sage es einfach mal trotzdem kurz dazu, auch wenn es eine sehr andere Zielgruppe ist, wie wir vorher schon festgestellt haben. Ähm, wir haben natürlich auch einen kleinen Podcast. Ich habe eine Werbeagentur mit einer Freundin zusammen, ähm, und wir sprechen so ein bisschen über hinter die Kulissen, äh, wie es so alltäglich abläuft hinter den Kulissen einer Werbeagentur. Der Podcast heißt Generation Purzelbaum und ist, ähm, auf Spotify und allen möglichen Plattformen, ihr wisst schon, zuhören. Also, wenn ihr da mal reinhören wollt, sehr gerne. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns, äh, bei, ähm, einem zweiten Teil oder einem anderen Thema auch in der Volksverdommung sozusagen nochmal hören. Das machen wir auf jeden Fall. Okay, dann, äh, ja, bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten, dass ihr genau diese Folge heute eingeschalten habt und angehört habt. Äh, bis zum nächsten Mal mit dann einer neuen Folge der Volksverdommung, dann im Jahr 2022. 2022, vielleicht kommt auch die erst 2022 raus, wer weiß das schon. Wir werden sehen. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal und weiterhin so fantastisch bleiben.